hallo ihr lieben welcome back zu einem neuen video von mir ja ich habe was bestellt bei der lieben simone von simones baslerkram und das sage ich heute und ich wünsche euch jetzt viel spaß beim video ja ihr seht schon ein bisschen was ist zusammengekommen ich habe im online shop habe ich diesmal gar nichts mitgenommen sondern nur in der sommerbestellgruppen auf facebook ich verlinke euch alles unten und wenn es fragen oder so habt schreibt es einfach unten in die kommentare ja ihr seht schon ein süßes dankeschön habe ich gekriegt tun wir gleich da auf dann so schön echt poliert machen wir gleich auf das ist ja poliertes dankeschön und die habe ich schon beschützen schon die hat meine große tochter auch schon in die griffe gehabt habe ich gesagt ich muss nur das video machen nachher kriegt es und ja und das war da ein moped total cool so ein kleines moped von gummiapan und schauen wir gleich einmal das erste von studio light an das ist schon da hat ja wortfindungsstörungen hello wieder mal ordner eben auch in der sommerbestellgruppen drinnen und du kannst einmal durchschauen mit mir also die haben schon schöne sachen also total coole sachen ja so war schon wieder einiges dabei das schaut auch cool aus so was eben mag ja sowas auch gehen nur wenn ich so vintage eben ja so gerne mal ich mir gefällt es und so aber wenn ich anfangen würde es würde in einem ausmaß gehen das dafür hätte ich keine zeit erstens einmal und das ganze material und das ganze ja ist doch sehr intensiv glaube ich was ich so gesehen habe und aufwendig natürlich karten sind jetzt auch aufwendig so ist es nicht gell so da war es ja da gibt es auch ein ordner also einige sachen da gibt es schon einen ordner drinnen und in so ein bestellgruppen schaut es gerne einmal euch durch also da von studio light ist alle redet irgendwas und was ich gerne noch hätte wäre nämlich die vox siegel das ganze mit dem vox also es hat mir schon taugen so das wäre das erste und das zweite folgt so gleich so da ist doch anderes aber auch voll lieb eben sind echt coole sachen da dabei schon cool also da habe ich auch schon ein bisschen was geschobbt eben so was würde ich halt gerne haben noch also es taugt mir Papier habe ich noch nicht ausprobiert will er dir aber auch mal ausprobieren schauen wir mal deswegen zurzeit komme ich einfach nicht so viel dazu ist geschuldet auch dem ganzen krank und alles ja so na von meinem her den ersten an ist es super eingepackt nehme ich die stress oxide so das wird echt blenden hallelöchen so jetzt kannst du lesen ihn dann falls was so was habe ich noch nicht dann habe ich noch das habe ich auch noch nicht also so viel das stress oxide habe ich nicht einmal wie viel es überhaupt gibt ich habe so die wichtigsten haben das habt ihr damals gesehen auch und die sind jetzt dazu gekommen und natürlich die Deckels einmal die Farbe einmal die Farbe habe ich mir und was ihr seht da ist nämlich ein projekt das was ich jetzt anfangen das was hoffen wir nicht so intensiv wird was ihr glaubt ich habe nicht mehr so viel zeit für das und schauen ob ich euch das noch da zeig oder irgendwas aber ich hoffe und das andere von sie sechs eben auch mit oliven und da wein und das ganze bin ich neuerig wie das wird und auch für das projekt nämlich ähm wein und das so viel habe ich von dem gar nicht bier eben für männerkarte ist das richtig cool und das haben wir ja auch schon in den hälften gesehen nämlich die trees die habe ich mir diesmal auch mitgenommen und oh mein Gott ich habe ja ähm damals war schon eine Stanze in der Songbestellgruppe aber leider hat es den einmal gegeben und endlich ha kann was kennt jeder und ich mag die auch gern und ist das nicht cool eine Stanze ja die hat mit müssen die unbedingt dann von ähm kralis kralis whatever kennt ihr ja schon eine etec stanze mir hat die total gut gefallen weil es einfach eine andere form hat und mit denen werde ich auch mal arbeiten schauen wohn beim nächsten mal vielleicht schon und natürlich etec ist ich tue trotzdem es hauptzeit auf instagram nicht so viel von die etec s gesehen aber ich bin immer noch fleißig am etec machen und natürlich ich die ähm begehrte etec stencil von ja caroline designs eben mit dürfen das könnt ihr sicher schon einigen das könnt ihr sicher schon einigen das hat mit dürfen das hat mit dürfen da haben wir auch das habe ich schon beim letzten mal gemacht das war jetzt cool gewesen aber da habe ich noch etwas anderes dafür genommen für die etec und schablon natürlich jetzt naja das wird auch heute ist nicht gerade prickelnd also es regnet bei uns gerade voller und ja trotzdem kann man sich schon für den sommer ein bisschen vorbereiten das und dann habe ich noch die coolen schablonen also die habe ich auch schon länger im visier die jetzt nehme ich sie auch gleich mit so und zu allerletzt eine habe ich noch so beziehungsweise abgerückt und das ist das so die blending brushes von studio light ich muss ja mit euch auspacken also es geht gar nicht anders unbedingt das ist nett und jetzt bin ich neugrigg jetzt bin ich so neugrigg wie die sein weil da hört man ja schon so viele sachen von ihnen die sind so super und und auch fein sehr fein also wenn man da drüber streichelt im gegensatz zum beispiel jetzt nehme ich einfach von action da also das ist schon was anders also die porschen sind da viel zusammengepresst da und da sind sie so fein einfach wow also die kommen noch in einsatz und ich freue mich und schauen ob ihr vielleicht sogar große auch noch wäre eben größere könnte sein aber ich bin schon mal sehr zufrieden dass ich endlich einmal wirklich die mir gegönnt habe also die waren schon lange auf der wunschlisten oben und diesmal habe ich sie mitgenommen ja das war schon soweit bis jetzt ähm Moment wo habe ich sie hin Moment da wer mir nicht auf instagram folgt die karte habe ich beim letzten mal bei der sketch woche von simos kramp gebastelt das war sozusagen meine karte dafür und ja viel sonst komme ich irgendwie zum basteln gar nicht dazu also das ist schon brutal also wieder krank war ich einmal dann ist die kleine dann war ich die große mal dann haben wir erstkommunion eben gehabt dafür habe ich eigentlich nichts getan eben durch die krankheit dann war ich einmal im krankenhaus ja ja einiges passiert und ich hoffe dass das nächste video schneller drauf folgt und ja sag Dankeschön fürs schauen und bis zum nächsten mal beim nächsten video und sag tschau 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 tschau